Ein Team, ein Ziel. Die Kurpfalzbären der TSG Catch wirken nicht nur auf den ersten Blick ziemlich eingeschworen. Der Grund für den mannschaftlichen Zusammenhalt ist einfach. Die Wege aus der eigenen Jugend bis in die Bundesliga sind kurz. Katrin Schneider, Trainerin der ersten Mannschaft, hat die Juniorbären immer im Blick. Es gibt viele Jugendmannschaften, viele Spielerinnen, die von unten nach oben drücken. Das merkt man natürlich auch bei uns in der zweiten Mannschaft dann. Auch unsere B-Jugend ist sehr gut. Auch dem sportlichen Leiter der TSG liegt der Erfolg im Nachwuchsbereich am Herzen. Die B-Jugend coachtt dabei sogar selbst und prognostiziert ihr eine chlorreiche Zukunft. Die B-Jugend hier ist eine Fundgrube an Talenten. Wir können unglaublich viel spielen. Wir spielen das gleiche Spielsystem wie die erste Mannschaft. Das heißt, ich erwarte, dass spätestens in zwei Jahren drei dieser Mädels in der zweiten Liga spielen. Eine A-Jugend hat die TSG dagegen nicht mehr, denn die Spielerinnen in diesem Alter sind bereits so gut ausgebildet, dass sie problemlos in die zweite Mannschaft oder aber noch höher eingegliedert werden können. Und es gibt einen weiteren Vorteil, den finanziellen. Es ist natürlich schön, dass Ketsch so eine gute Jugendarbeit hat, weil das natürlich auch den Verein wirtschaftlich sehr entlastet. Ich habe ja in Trier lange Jahre gespielt und da war es immer wirtschaftlich sehr schwer, weil man auch immer Spielerinnen von außerhalb holen musste. Das ist hier natürlich gar nicht so. Für dieses Phänomen hat Robert Becker sogar seinen ganz eigenen Begriff gefunden. Unser Ketscher-Weg, wir haben ja in diesem Jahr in der Bundesliga überhaupt keine neue Spielerinnen verpflichtet, alle aus der Jugend geholt und das ist der Weg, der sich anscheinend bezahlt macht. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ganz einfach ist es aber bei der besten Ausbildung nicht, den Sprung zu den Kurpfalzbären zu schaffen. Denn im Kader der TSG Ketsch tummeln sich bereits jetzt jede Menge Talente. Doch der Aufstieg der Reserve in die dritte Liga vereinfacht es für den Zweitligisten ungemein. Es ist natürlich schwer, den Weg in die zweite Bundesliga zu machen, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, nachdem jetzt unsere zweite Mannschaft auch in der dritten Liga spielt. Da ist der Sprung auch nicht so groß. Von daher glaube ich, dass es für die Zukunft schon ein guter Weg ist. Die gute Jugendarbeit, aber auch der Erfolg hat in Ketsch inzwischen so etwas wie Tradition. Der Ketscher-Weg, so kann man es eigentlich schon bezeichnen, weil es wirklich schon seit Jahren so ist, dass auch viele Spielerinnen, die in Ketsch groß geworden sind, dann in anderen Vereinen in der Bundesliga gut mitspielen. Und ich glaube, das sollte auch weiterhin unser Weg bleiben. Nur, dass vielleicht die Spielerinnen dann in Ketsch bleiben und dort den Weg gehen. In dieser Saison ist zwar alles außer der Klassenerhalt die Kür, doch man kann es erkennen, die TSG Ketsch hat mittelfristig Größeres vor. Ganz nach dem Motto, ein Team, ein Ziel.